Hallo, ich bin Cheyda und meine Familie und ich, wir wohnen direkt am Waldrand. Ich schlafe mega gerne mit offrigem Feister, weil dann kann ich den König der Nacht gehören. Kuid, kuid, Cheyda die ganze Zeit. Aber wenn ich ihn besuchen will, dann mache ich das nicht im Wald, dann mache ich das da im Naturmuseum Luzern. Komm mit ins Naturmuseum Luzern und entdecke deine wildzeiten.